Die Zunge ganz weit hinaus. Die Zunge ganz weit hinaus. So ist es fein. Jeder von euch hat einen Zensur in der Hand. Der normale Erdenbürger sagt doch Fernbedienung dazu. Drückt sie die Eins, dann stirbt der Großvater, der Alte. Jeder Arzt trägt in seinem Herz ein Geheimnis. Papa! Drückt sie die zwei. Dann machen die Schwestern den Doktor tot. Bucke ich. Knapp vor der Verwesung. Sie stinkt schon. Ich habe sie dazu gebraucht zuzuschauen bei den Vergewaltigungen. Das war sehr interessant. Unter der Dusche haben die sich genommen. Eine schreckliche Tat. Aber warten wir nicht darauf, dass die Katastrophe passiert? Ich weiß nicht, was hier auf der Station los ist. Ich brauche nur daneben zu stehen und jemand anzuschauen, schon stirbt er. Ich will ihn einmal noch sehen. Und jetzt alle zusammen. Austin, 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 Austin. Lauter in ihr Beutelraten! Ihr Nichtskönner, ihr Traumtänzer, ihr Nackerteis, ihr Falschpacker!